What's up Leute, in diesem Part mache ich die No Coin und No Damage Challenge von Super Mario Odyssey weiter, die ich gestreamt habe und im nächsten Stream werde ich dann auch wieder weitermachen in dieser Challenge und wenn ihr gerade nichts mehr vom Stream verpassen wollt, dann schaut einfach auf Twitch vorbei, ist dann noch am Ende eingeblendet, irgendwo hier in der Mitte und nochmal in der Beschreibung verlinkt und auf jeden Fall dann haut es rein. So, auf geht's. No Coin, No Damage. Wir müssen aufpassen, okay, das ist schon mal die ersten Münzen. Okay, der erste Checkpoint. Ich überlege, ob ich jetzt schon mal die anderen Monde hole. Das, was ich wollte nicht Käppi schmeißen wegen Fragezeichenblöcken, aber wollte auch nicht im Gift landen. Aha! Komm her. Na, jetzt komm... Ja, nice. Nice Sache. Nice. Zweiten Mond schon? Perfekt. Oh nein. Da bekomme ich immer Damage. Weiß nicht, warum. Ich bin irgendwie so ein Noob. Okay, Moment. Eventuell kann ich es so timen, dass ich da... Okay, Moment, Moment, Moment. Hey, Mario. Nein! Was war das? Okay, wie mache ich das jetzt? Ich muss diese fette Pflanze besiegen. Äh, bro, guck mal das nicht an, gell. Okay, warte, friss mal den Käppi. Vierte Mond. Ja, den kann man ja auch skippen. Wir könnten theoretisch eigentlich auch, wenn wir krass wären, auf dieses Gerüst drauf. Aber wie einfach das jetzt ist, ist jetzt die Frage... Ich hab's geschafft. Oh! Oh, Mario, bitte. Ah ne, achten, das ist doch viel einfacher, wenn ich hier hochgehe. Moment mal, ich geh einfach hier. Ach, Käppi, dreh dich nicht noch einmal so, okay? Bitte. Das überlebe ich nicht. Ah, ich sterbe gar nicht. Ich sterbe... Was? Sass! Ich dachte, ich komme wieder in den Wald. Gesichter Puzzle macht Spaß. Nein. Macht total Spaß, Sass. Gesichter Puzzle. Gesichter Puzzle. Gesichter Puzzle. Gesichter Puzzle. Da waren unsichtbare Coins. Oh! Ah! Ah! Sparm wieder an der Fresse. Oh! Nicht die Coins! Yo, alles klar, Diggy! Easy, ne? Du hättest nur die Schnauze. Oh, jetzt. Oh! Auf das Spocken. Das ist ein Zeig, das ist ein Zeig von mir. Ah, mit deinem Fettnissen. Ich kann aber keinen auch irgendwie stoppen, aber ich glaube, das geht so. Ja, das geht so, perfekt, nice. Nein, ihr habt ne Münze. Woher hab ich ne Münze? Nein. Uff. Ehre genommen. Ich hab keine Münze. Nein. Ah, mit deinem Fresse. Ah, die Coins. Knockback und weggrünen Coins. Oh, das hat gereicht, das hat gereicht. Warum durftest du das Herz nicht einsammeln? Wenn du ein volles Leben hast und du dein Herz einsammelst, bekommst du 5 Münzen. Und wenn du mit vollem Leben ein großes Herz einsammelst, dann bekommst du 10 Münzen. Deswegen darf ich das Herz nicht einsammeln. Außer du, ich hab wirklich Schaden genommen, aber dann bist du ja von Tiochi-Chall. What? Okay, und jetzt nochmal da hochgehen. Bitte. What? Okay, weißt du das? Ah, ich muss da hoch, okay. Warte, komm, ich komm. Geile Sache. Wirklich. Äh. Nein! Ah, ich bin so blöd. Ah. Ah. Der macht hier. Ah. Ah. Nein, ich safe. Wieso wirst du kein Cap bei uns? Ok, was ist das? Ja, hau rein, Rufus. Hau rein, Rufus. Bis morgen, ne? Richtig, die sind noch auf mich. Das passt. What? Was hab ich bekommen? Woher hab ich ne Münze? Woher? Oh, oh, nicht so weit. Ich hab das Gefühl, das ist immer noch nicht so. What? Aaaaaaah Diesmal, ich glaub ich das mal holt, wie ich jetzt in die Ding. Aaaaaaah Ich schnapp halt, der Typ. Oh, 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 oh. Oh, na, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. die 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 vorletzt vor haben in deine presse in deine presse So, und damit können wir das Forst dann abschließen. Endlich, ja, wir haben es geschafft, man, finally. Jetzt kommen wir jetzt nicht zu lang. So, jetzt auf geht's ins Lake Kingdom. Kleine, so, die wir verließen. Eherenwert. Soll. Nie meint es zuerst. In deine Fresse. Oh. Easy. Easy. Ein Mond. Ehre. Easy. Dann mach ich als selst. So, nix um uns. Junge, das ist zu easy. Not nochmal weg. Dahin. Ein Mond noch, Jungs. Jungs. Ich glaube, wir haben es. Geh. Ich bin echt schnell, dieses Land. Ich bin echt schnell, dieses Land. Bis zum nächsten Mal.